Man fragt mich natürlich sehr oft, warum ich Gedichte auf Russisch schreibe und Prosa auf Deutsch und ich habe schon verschiedene Antworten gegeben, weil ich immer wieder daran nachgedacht habe. Aber jetzt weiß ich die einzig richtige Antwort, ich mache das, weil es mir so gefällt, einfach so, mir gefällt, dass ich zwei Sprachen und zwei Welten habe und es liegt überhaupt nicht an den Sprachen, also die Eigenschaften der Sprachen haben nichts damit zu tun, weil jede Sprache kann alles. Ich war 28, als wir nach Deutschland gekommen waren und da ist man schon sehr erwachsen. Und natürlich meine russische Sprache ist immer da, immer lebendig, immer aktuell und wir leben, also zwei Autoren, zwei Dichter, Olyk-Juriv und ich zusammen und wir sprechen jeden Tag Russisch. Und so ich habe die russische Sprache und die russische Literatur immer, immer zu Hause und die deutsche Sprache habe ich überall. Ich glaube, dass die Eigenschaften des Sprechenden in einem Gedicht, sogar wenn das durch das ganze Werk läuft, können absolut nichts mit den Eigenschaften des Dichters zu tun haben. Und ich glaube, dass man, wie man Gedichte schreibt, weiß man selbst nicht und deshalb wird eine andere Persönlichkeit neben der eigenen Persönlichkeit aufgebaut, wahrscheinlich. Das ist mir jetzt eingefallen. Als Mensch liebe ich Musik und Musik ist für mich sehr wichtig und ich höre oft etwas und einerseits. Andererseits, wenn ich Gedichte schreibe, dann stört das oder wenn ich überhaupt etwas Längeres schreibe, dann höre ich monatelang keine Musik, weil das stört mich tatsächlich. Weil die Klänge, die man für das Schreiben braucht, kommen aus einer anderen Quelle. Und insofern ich eher Vogelgesang hier als tatsächlich Musik. Und ich vermisse auch das Musik hören, wenn ich längere Zeit etwas schreibe und mich darauf konzentriere und keine Musik höre. Wenn etwas mich, ich glaube, kann das eigentlich mit Sicherheit nicht sagen, aber ich glaube, dass wenn etwas aus der anderen Kunst mich beeinflusst und dann in dem, was ich schreibe, spiegelt, dann ist das Malerei und Zeichnung. Überhaupt, das ist auch vielleicht unterschwellig, das kann ich im Nachhinein sagen. Und nicht, dass ich sage, dieses Bild hat mich beeinflusst und jetzt schreibe ich so und so. Nein, natürlich, auf keinen Fall. Wie gesagt, man fragt oft, wie man schreibt und deshalb denkt man darüber. Ich glaube, ich habe sehr, sehr viele Gedanken in der letzten Zeit gehabt, auf die ich nie im Leben gekommen wäre, hätte man mich nicht gefragt, wie und warum ich schreibe. Das ist immer, ich glaube, nur durch Zufälle entsteht das Werk überhaupt. Ich glaube, es wäre unmöglich, einen Plan im Kopf zu haben und dann etwas zu schreiben. Für mich wäre das unmöglich. Ich warte eigentlich dafür, das eigentliche Schreiben besteht für mich, der erste Schritt, ich warte auf ein paar schöne Zufälle. Und dann sehe ich, ob und was ich mit ihnen machen kann. Das ist immer, ich glaube, es nervt. Vielen Dank.